ja heute spielen wir wieder legend of equestria schau doch mal da ist ein komischer trichter ich glaube wir fliegen mal da rein so ein regenboog trichter cooool hilfe ich steckle fest ich kann mich nicht mehr bewegen ja herzlich willkommen zu my little pony gameplay schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen folge und heute werden wir ein bisschen in dem pegasus reich herum fliegen ja wenn wir in legend of equestria ein pegasus aussuchen dann werden wir hier in unserem schönen tollen pegasus wolkenland gespawnt und dann kann man hier tolle sachen hier angucken jetzt schauen wir erst mal hier unseren tollen regenbogen wasserfall an ja da oben guckt euch waren so wie war der raucht sogar hier ja die steuerung ist ein bisserl hakelig im android spiel wahrscheinlich mit der tastatur oder so kann man das bestimmt besser hinbekommen ja hier guck doch mal das sind auch noch ganz tolle sachen wo hier rumfliegen ja mit der zeit hat man keine energie und dann fällt mir wieder rein ja schon sehr merkwürdig aber sieht schon lustig aus hier so jetzt haben wir wieder energie getankt und jetzt können wir noch ein bisschen weiter fliegen so na ja wie gesagt die steuerung hakelt bissel das ist so ganz komisch gemacht wenn man da so nach unten und nach oben sich bewegt dann ist das irgendwie hier so schlecht zu bewegen soll ich hab was entdeckt was ist denn das für ein tolles gebäude hier oben bei den pegasi das sind so kissen oder sowas und so vasen schauen wir mal ob man das kaputt machen kann so was kann man denn da alles machen kann man sich hinlegen ja hinlegen so guckte man da die red schläft so bild so biegelt so biegelt so biegelt so biegelt es denn hier aussieht. So. Oh. Bisschen schräg, oder? Juppie, juppie. So, und weiter geht's, weiter geht's. Oh, ich habe noch was entdeckt. Da ist nochmal ein großer Wasserfall. Regenbogenwasserfall und da drüben, da regnet es. So im Wasserfall Regen. Ah, keine Energie mehr. Ah, das war aber ganz knapp. Bin ich gerade so auf die Straße gefallen. So. Wir gucken mal, was da drüben denn Tolles ist alles. Oh, da ist eine Wache. So. Oh, da kann man ganz toll viele Sachen einkaufen. Eine Einkaufspassage. So, jetzt gucken wir mal, den wir denn hier drin haben. Ja, normalerweise ist das Englisch, aber ich habe das hier mit Google übersetzt. Einfach das Bild reingeladen in Google und automatische Übersetzung gemacht. So, dann kann man ein bisschen mitlesen. Das finde ich ganz toll, dass man das so ganz einfach machen kann. so. Oh, ein Fußballer, hm. Ja, ich habe noch nicht wirklich rausgekriegt, was man dann da jetzt genau machen kann mit dieser Energie, wenn man das dann Pony gibt, aber vielleicht kriege ich das dann noch irgendwann mal raus. Oh, was ist das? Hallo. Was? Nichts. Ah ja. Ist ja klar, ne? Bleib doch mal stehen. Boah, fast reingeflogen in das Loch. Okay, mit dem Fliegen. Ui. Oh, ein Überschlag gemacht. Ja, mit dem Fliegen ist schon hardcore. Das muss man auch gut üben hier in dem Spiel. Also, sobald man hier so eine Fläche berührt, geht man automatisch aus dem Fliegenmodus wieder raus und kann dann wieder laufen. So, jetzt fragen wir ihn dann mal, was da los ist. Hallo? Hallo? Bleib doch mal stehen. Ne, der will nicht stehen. Der sagt was und dann haut er ab. Wo will der denn hin? Sehr merkwürdig, gell? Hm, hallo? Aber nicht, dass er jetzt da gleich runterfliegt. Vorhin war er ja schon in der Luft, irgendwie so komisch. Das ist ein komisches... Uah, fast fliegt er runter. Ey. Wann hält denn der an? So, jetzt hab... Ah. Den kann man nicht mal ansprechen, doch jetzt. So, jetzt ein bisschen Energie zugefügt hier. Torque. Der sagt immer nur was. Ah, jetzt sagt er was. Okay, dann lassen wir halt mal in Ruhe. So, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Na, vielleicht ihn nochmal fragen? Ne, lieber nicht. Das kleine Pony fragen. Hey. Hey. Hm. Nein. Ja, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal hier um. Vielleicht finden wir noch was Tolles. Dahinten sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Was ist denn das da hinten? Okay. Das ist wie so ein Trichterteil. Jetzt gucken wir mal, ob man da reinfliegen kann. Das sieht schon cool aus hier. Ja. Regenbogen-Töpfchen. Cool. Also, rein in den Trichter. Das scheint mir eben wie so eine Wolkenmaschine zu sein. Ja, wie gesagt, das Fliegen ist ein bisschen schwierig. Ja, ich habe gleich keine Energie. Beeil dich. Beeil dich. Ah. In den Trichter reingefallen. Ich stecke hier fest. Ich komme nicht mehr raus. Hallo. Hallo. Ah. Hey. Hallo. Lass mich hier raus. Ich passe nicht durch die Öffnung. Ah. Hallo. Ich muss hier rausspringen. Ah. Fliegen geht gerade noch so. Ah. Ah. Fliegen geht gerade noch so. Ah. Also. Ah. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ah. Ah. Ah, Mann. Das Fliegen ist schön. So, jetzt kann ich raus. Ah. Uh. Ich habe es geschafft. Ich bin rausgekommen wieder. Ja. Ich habe schon gedacht, das hat sich da eingepackt. Hallo. Ich komme. Ah. Ja. Das. So. Runterschrauben hier. Ich fliege jetzt gerade ein bisschen weiter vor, weil jetzt. Hört mal eine Energie auf. Ja. Schade, dass man da nicht länger fliegen kann. Sehr, sehr schade. So. Jetzt gucken wir mal. Oh. Da ist jemand. Hallo. Ja. Was will ich denn? Mit dir reden. Ja, ich sehe das, dass du hier arbeitest. Klar, natürlich. Dafür bist du doch hier die schönen Regenbögen-Teile da zu machen. So. Oh, was ist denn das Schönes? Ne? Ja, das kann man jetzt richtig gucken hier. Schade, dass man da nicht so ein bisschen so die Kamera selber nochmal ein bisschen steuern kann oder so irgendwie. Ich weiß es nicht. Sehr schwierig. Ich wäre fast schwierig runtergeflogen. So, jetzt gucken wir mal. Ha. Eine Regenbogen-Rundtreppe. Wolkentreppe. Wolkentreppe. So. Na, das klappt schon sehr gut. Das war ganz knapp. Mir ist fast schon das Herz stehen geblieben. mehr. So, jetzt talking. Endlose Kuchen heißt. So, was wählen wir denn da aus? Ja, wir haben ja nicht viel Zeit. So, jetzt gucken wir mal weiter. Sieht ganz cool aus, ne? Das Pony. So, was sind das für Trichterteile hier? Also, wenn man sich hier zu schnell bewegt, dann ist man hier irgendwie gleich hier draußen und fliegt dann gleich runter fast. So, normal talk. So, was kann man denn da jetzt noch machen? Ich probiere mal, das kaputt zu machen irgendwie. Hm. Passiert nix wirklich. Hallo. Haha. Fast hätt's mich wieder da runter gebrettelt. Aha. Also, fliegen ist doch besser. Wenn man so zwischen den Wolken durchkommt hier so. So, wieder gelandet. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was will ich dann euch noch ein bisschen zeigen? Hm. Ja, da geht's runter und nach oben. So, schaut euch mal ein bisschen den Himmel an. Ja, ich denke mal so eine kleine Einleitung hier in diese... Ah, jetzt habe ich vergessen. Aaaaaaah. Oh, puh. Vergessen, dass ich ja nicht viel Energie habe und jetzt gleich runter fliege. Aber Gott sei Dank sind wir gelandet auf einer Wolke. Ja, in diesem schönen Pegasus-Land mit schöner Wolke, Regenburger Sachen. Ganz toll. Gefällt mir richtig gut. Außer, äh, ja. Das da. Dass man da nicht genug Energie hat. Aber vielleicht kann man da mal so ein XXL-Pony werden irgendwann mal hier drin. Wenn man lang genug spielt. Ich weiß es nicht. Ähm. Und dann bekommt man auch vielleicht da ein bisschen mehr Energie zum Fliegen. Das wäre natürlich schon cool. Ja, ich glaube, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick hier bekommen, was man hier denn alles machen kann. Ähm. Ja, das war's mal wieder von heute. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Meilenpony Gameplay. Und abonniert doch meinen Kanal. Dankeschön. Schaut doch mal noch mal den Hintergrund, den tollen an. Und winkt doch mal, er rät. Ja, der winkt. Sie winkt, sie winkt. So schön. Dadasagen. Und noch ein bisschen tanzen dazu, gell? Also, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Und bitte die Glocke aktivieren. Und bitte die Glocke subs umm. Tschüss. Gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017